Ich kann das auch, wenn ich mich dran setze. Dann ist das easy, darf ich das, kein Problem. Mach ich nicht. Hab ich dazu Lust? Nö. Wir brauchen immer noch so viel Ielorium. Warum? Warum? Quest. Was brauchen wir denn? Einen ganzen Stack. Bahn. Und wir haben 17 Ohr. Irgendwas gebrannt, was ich brauche. Mir fehlt ein Kupfer. Minecraft? Wir haben gleich kein Strom mehr. Das ist der Problem hier. Ich ist der Problem. Haben alle nichts mehr Strom? Minecraft? Nein. Minecraft doch. Tschüss gleich. Alter, bitte. Ey, really? Keine Ahnung. Oh, jetzt ist die Launcher geöffnet. Ähm... Habt ihr das letzte Mal doch gar nicht? Nö. Ja, zum Schluss, ja. Ja, vielleicht liegt das an irgendeinem Mod, der jetzt aktiver ist. Kann auch sein. Ist doch kein aktiver Mod mehr. Wirklich? Okay. 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 Bloody Rose. Garden Soil. Okay. Erst mal die ganze Becks öffnen, die ich hab. Spawn Spider Creeps. Yeah! Das haben wir ja nicht erst. Ähm... Reaktor Casing. 15 Stück. Reaktor Casing. Reaktor Casing. Reaktor Casing. Ja, bekommen. Frage ich. Ja. Medi... B... 64. Eigentlich... Warte mal, wenn... Wir bekommen so viele Reaktor Casing. Wir können eigentlich Mini-Generatorenzellen bauen. Eigentlich bauen. Mit einem... Mit einem Slot. Dass sie mal eben kurz laufen. Einfach nur für... Dass wir ein bisschen Strom haben. Mhm. Die dann über den Hebel laufen, dass wir mitfallen. Immer wenn wir es nicht mehr brauchen, einfach den Strom wegmachen. Oh Mann. Was ist schon wieder? Nix. Ich hab nichts gemacht. Wieder Material. Also wieder Material. Ich hab nichts gemacht. Oder hast... Oder hast irgendwas wieder in die Luft gejagt? Nein. Wizzor gespawnt. Nein. Wie soll ich denn Wizzor spawnen? Achja, wir haben ja Köpfe aber trotzdem. Dann. Bist du eigentlich schon auf dem Server? Ja komm. Unterwegs. Brauchst du die Welt grad? Äh... Mining? Nö. Oh... Deine Muskeln. You have cool 5 Leben. Warum hab ich 5 Leben? Und du stirbt. Oh ne, was ist das für komische... Nicht dein Ernst, dieses Glas, ne? Glas dein Ernst? Ja. Flash. Vanilla, ne? Ja, warte aber ich muss... Warte, du hast doch so viele Questen erstmal gemacht, ne? Ich muss die glaube ich erstmal wieder aktivieren hier. Dias! Oh nein. Ich seh Dias. Dias sind nie gut. Vanilla Welt. Hier ist alles voller Dias. Hier ist alles voller Erze. Geil. What the fuck? Wow. Natürlich spawnen hier auch wieder Monster. Ist ja auch klar. Ey, die Kisten sind schon wieder voll, ne? Ja, Compress Coverstone. Braucht du das nicht irgendwie noch für ne Quest? Ja, bringt einfach mal mit. Hier ist ganz viel in den Wänden drin. Ganz viel. Ich muss erstmal gleich mal ne Spitzakkei machen. Und ganz viele Dias. Wir sind überall Dias verteilt. Und ganz viel Eisen. Auch ne Welt, die wir komplett auseinander nehmen können. Diesmal haben die Langeweile mit dem Mining Leveln gehabt, ne? Ja. Aber wir können erstmal hier ein bisschen. Oder zumindest eher. Und noch mehr Spikes. Ach nix. Hast du grad das ganze Eisen verbraten? Ich hab mir gesagt, wenn ich das Eisen habe, dann... Soll ich das eben durch. Ich hab da... Ach so das Pulverweiß hab ich grad hier oben in die Kiste reingeschwimmen. Weil ich grad mein Backlämmer... Sind den. Weil ich nämlich grad mal... Besten. Hier sind auch Ingestern. Brauchst du die grad? Äh, ja. Okay. Ja lass mich doch eben... Oh, nicht schon wieder Minecraft. Ja. Oder? Ne. Du kannst gleich das Röstige alles haben. Ich glaub ich brauch höchstens drei Bahnen, mehr brauche ich nicht. Ähm, ja. Ne, sogar einen nur. Um zu reparieren. Auch gut. Ne, muss ich das mal. Hab mir nicht schon heil gemacht. Hat er mir nur drei das genommen. Von den anderen. Big Glass. Big Glass. Glansch. 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 Schaufel braucht natürlich so viel zum reparieren. Ich mach mir auch mal ein Schwerteil mit Holz. Da Teil machen. Zopp. 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 Hm. Eigentlich wieder alles in die Kiste. Das brauche ich nicht mehr. Soll ich das machen, dass ich mir jetzt ne Dealspitzacke mach, dass wir da mit Obsidian abbauen können? Oder bisschen. Ja, ne? Weil dann können wir die ja Spitz-Exte nutzen. Die können wir mir nicht besser verwenden. Hat irgendwie... Hast du irgendwas mit Holz gemacht? Hast du das irgendwie rein, weil wir Sawdust haben? Hab ich nicht gemacht. Das war da drin. Ja. Komischerweise eben schon. Du musstest da rein geschmissen haben. Warte mal. Ich brauche mir das Fleisch raus. Die Blöcke brauchen ja nicht drin sein. Ah. Dann wechsle ich nochmal die Disketten. Dann geh ich da runter und hol ein bisschen Obsidian. Oh, das brauche ich nicht. Keine Ahnung. Komm mir jetzt in dieser 1ME-Kiste da rein. Weißt du denn? Die ist ja nicht so voll gestoppt. Vor allem Vanillaminer. Vanillamining. Das ist auch so heftig. Neather Sphere war das. Ja. Direct of Gazing. Obsidian. Hab ich... Hab ich ab 10 Obsidian bekommen. Ja. Ja. Climed Shoe Weekends! Jetzt bekommt er 10 Obsidian. Dann hätte ich auch die Dias sparen können. Ja, du mich auch. Erstmal reparier ich meine Spitzhacke. Und dann eventuell vielleicht deine, wenn du welche über siehst. Äh, wir brauchen ja eigentlich nur... ...einmal machen, dass sie heil ist. Ja, warte mal, warte mal. Wo ist denn die andere? Meine ist ganz kaputt gewesen. Ja, beide sind wo auch... Wieso ist denn deine ganz kaputt gewesen? Die auch noch verbraucht habe. Achso. Mal gucken, wo die beiden sind. Eine habe ich gerade schon im Winter. Ja. Man braucht ja eigentlich halt... ...wirklich nur einen, um zum Reparieren. Und dann den Rest kann man mit der Energie machen wieder. Dass man die aufladen kann. Oh, jetzt... Ach, hier ist die andere. Äh... Meinet auch Flux, Redstone und VF1. Das könnt ihr passen. Ja, Flux, VF1 und Redstone. Alles. Deine hat sich ja auch geabgradet, bevor die kaputt gegangen ist, ne? Ja, genau. Also du kriegst einen Redstone. Hier, ich tu dir einen hier. Ne, ich tu dir einmal hier. Geh mal bitte mit der Luftschrub da weg. Hier. Oh. Da packe ich dir einen Obsidian rein. Hm. Time to show you can. Ja. Wow, die ist ja fast ganz heil dadurch. Ja. What the fuck? Das ist echt geil. Dass du nicht wirklich viel verbrauchst dadurch. Aber die lässt sich nicht aufladen durch diesen... ...Energated Infuser, ne? Ja, aber die lässt sich hier... ...wenn wir einfach hier wieder alles abkappen. Vorsicht. Hm? Ah, die braucht keinen Strom. Was? Die kriegt halt Strom, ja. Achso, ja, hier drin, ne? Achso, ich glaube, da muss sie nicht einmal repariert werden. Oder muss sie ganz heil gemacht werden, dass das geht? Ahnung, das gucke ich nicht. Hä? Hä? Da müssen sie sich eigentlich aufladen. Ja, eigentlich schon. Oder liegt das an den... ...Kartoffeln, die wir dazu genutzt haben, dass die nicht funktionieren? Ja, wir haben noch ein bisschen Obsidian, das heißt, ich tu die mal... ...warte mal... ...ja, ich tu die mal hier in die ME-Kiste rein. Welche? ME-Kiste, die rechte, die obere steht. Ich glaube, was im E-Zeich noch drin ist. Mach da. Okay, ich denk's. Oh, die ist glas, ne? Ja, ne? So lovely. Das Ding, das Fuchs-Ding da drauf zu packen, bringt eh nix. Ich weiß. Oder wenn ich schon drauf ist. Oh, ne Nether-Schaufel, ne? Oh, die ist irgendwie taktig, ne? Funktioniert nicht, ne? Ne, wie du dir sagen könnt. Klar funktioniert das. Bringt uns aber nichts. Dass die Kartoffeln verschwindet. Ich hoffe. Wow. Haben wir halt die Kartoffeln verschwindet, und? Aber dann... ...geh ich nochmal kurz um die Kette wechseln... ...und mach die andere Welt rein. Oder bist du grad in die Welt gegangen? Nö, nö. Ich bin unten. Unten in meinem Labor. Okay. Weil dann mach ich die, ähm... ...wo ist die... ...die Rotunda... Komm wieder, ey! Mein Gott! Schon wieder abgeschmiert? Ja. Ach so. Dann wird schon wieder genervt. Ach so. Hm, du mich auch. Was ist da noch drin? Äh, ja. Das brauchen wir nämlich da hinten. Wie brauchen wir denn davon? Ähm... Äh... Was ist das? Das ist da... Zehn Stück. Dieser Telefonkacke. Immer nerven die Leute. Mhm. Ich weiß nicht, was die... ... immer... ... das ganze Dach schon gestern auch noch... ... heute... Okay. Okay. Ist doch mal hier. Ich bin... ... immer so'n Block. Lebst du eigentlich Centrus? Ja, ich lebe. Ja, ich lebe. Ich hab doch grad schon was gesagt. So. Ich hab' nicht gehört. Tschau, Minecraft. Na? Hm, toll. Kann ich damit nicht abbauen. Na, Minecraft? Und wer kackt's ab, oder? Oh, Alter. Das lange dauert. Halleluja. Das wär'n Eisenblock. Es reicht doch, wenn ich nur Eisenbarre mache, ne? Wofür? Wofür reichen? Okay. So. Der Herrsch führt Selbstgespräche. Ey, warum das denn? Nur so. Send du's? Ja. Was ist? Okay. Ja, nur so. Der hat ja keine Energie. Wofür brauchen wir das denn? Hm. Das geht damit auch nicht. Ist ja kacke. De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Dann wollen wir was essen. Jam, 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 jam. Ah, jetzt. Wow. Ich hab'bam gemacht. Hm. Hier unten wieder. Boah. Brauchen wir die Curse erst eigentlich? Eigentlich wie eine Monster drauf spawnen, ne? Ja. Aber wie die hier drauf spawnen? Das ist heftig. Natürlich die starken Fiche auch noch dazu, ne? Boah, verpisst euch. Ah, da ist die Leiter, okay. Der hat Bum gemacht und die Leiter war ab. Ja, verpisst dich, du Skelett. Ich will die Leiter anbringen. Ja. Willst du mich verarschen, du Scheiß-Skelett? Was sind die Leiter denn? Da schießt das Scheißvieh. Eben, ähm, die Leiter wieder ab. Ja, weil's ich einfach nicht mag. Dann. Oder war ich das eben selber? Außer sehen. Creeper! Komm! Doch nicht. Dann. 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 Ja. Wie die Viechernärfen. Ich brauche erstmal Energie. ToILL. Das braucht das so viel Energie pro item. Kannst dann mal durchlaufen. Ja. ruralator. Wo bin ich jetzt mit dem Reaktor? Jemandemann, woe ich noch die Corona hat? oder wie irgendwas ja kleiner turbo boah diese turbo-zombies die nerven was wird denn hier? Hector Iron? ok das klingt gut ich hätte noch schon irgendwo Elektro-Plasma sag mir bitte nicht du hast das ganze Obsidia mitgenommen nicht dein ernst bitte oder? wieso? ich hab doch gesagt nehm doch nicht bitte alles mit verbrauch das doch nicht du hast gesagt du tust was rein du Vogel ja ich hatte nur 10 ach so ja sag's doch ja wo bist du jetzt? unten ich komm gleich hoch was braucht das? du hast Obsidia in da rein du hast dieses geh da ja du Zombie nervt nicht yeah schön scheiß Zombie du und wieder alles klar Tennis verbraucht die Leben hier der ist ein richtig topiger top Mensch bist du der sollte richtig wechseln hat er eben aber nicht gemacht um ich muss da sowieso ganz schnell gleich mal runter mein kopf bitte nicht alter ich hasse das immer wenn das so leckt wohl fangst du das abstürzt boah ihr endermänner fickt euch nervt nicht geh doch gebückt dahin ja geh doch gebückt dahin wenn du da auftauchst dann guckst du gleich geradeaus und dann bewirrst du die voll an das ist ja das gemeine schön hab ich das wieder eingesammelt ja die Ja. Wenn ich den Magnet ausschalte, dann mag ich für die, aber dem Magnet ein bisschen aufhiel. Okay, der gibt einen Schiff. Und der Magnet hält auch ganz schön lange. Jo, wenn nicht verbrauchst du oder so. Ja, auch wenn du den anhast, ganz Zeit. Boah ey, mir nervt. Geh runter, da. Meine Sachen haben die da noch rumliegen. Ich hab die Quest mal abgeschlossen eben. Ja, hast du. Zettosquad, oh nö, nicht Zettosquad Challenge 2, alles klar. Oh, Char-Char kriegen wir dabei, das ist natürlich nett. Dann Hammer bei. Hammerhead. Dafür brauch ich dich Eisen. Hammerhead Rock. Oh, das sind über drei Goodpacks. Loll, High-Explosiv TNT und Light-Explosiv TNT. Okay. Und Timbrück. Okay. 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 sehr weit.